hallo hallo muss ich mal leise drehen so jetzt ja hallo so one day for chat hier ist alles was ich über dieses spiel weiß ich habe es irgendwann in einem englischen livestream gesehen und ich weiß dass man gott mode anmachen muss um irgendeine chance zu haben und was ich als game design experte besonders interessant ist es hat eine absolut großartige art und weise die waffen durch fortschrittliches level erkunden dir zu schenken du fühlst dich jedes mal wenn du eine wache findest richtig belohnt da hat sogar dlc dafür gemacht oder was ja okay interessant ich mag auch wie man die buttons erst mal ein bisschen suchen muss hier in dem screen okay also ich bin sehr gespannt für alle jetzt auf youtube die frisch dazu schalten und nicht gesehen haben was ich jetzt davor hier abgespielt hat das ding hatte ein sehr fragwürdiges optionsfenster wo es mich gefragt hat möchtest du den sound beim start vom spiel direkt ausschalten das heißt ich weiß nicht was jetzt kommen wird es könnte sein also ich will euch nur waren falls jetzt kopfhörer tragt seid vorsichtig gleich könnte irgendwas mieses passieren ich werde ich werde versuchen das im nachhinein runter zu regeln aber es gibt hier nirgendwo ein options bildschirm deswegen kann ich das auch gar nicht hoch oder in dem in-game option wenn ich es richtig im kopf habe das siehst du mal krank also liquid du sagst auch mal wie war das noch mal mit den käse rationen guck einfach unterm stream unterm stream ist unter einem menüpunkt alles erklärt was es zu den käse rationen zu erklären gibt okay also ich starte einfach mal und dann gucken wir was passiert verdammte hippie hat mein leben zerstört kopf jagen mich ich trinke zu viel alkohol ich habe so viele probleme ich wünschte er wäre am leben ich würde ihn selbst töten den kopf oder was muss ich gut drücken habe ich jetzt alles geskippt okay die ganze wichtige story i'm very very drunk das kamera fahrt das hat er wahrscheinlich auch noch selbst designt das monster ja wow ist das laut fack gings noch aber der der knarren sound hat mir gerade echt ein bisschen ein loch ins trommelfeld gerissen warte mal kurz muss das versuchen hierbei tut mir echt leid aber ich habe nicht erwartet dass es so laut ist fucking christ okay okay das ist aushaltbarer okay okay warum ist die steuerung so komisch was erwartest du ich drücke nach links und nach rechts mein charakter hüpft so hoch und runter im dronk hä warum hat es nicht okay dafür sind die ganzen waffeneffekte cool absolut ist nicht so okay ich mag ich mag war kann ich nicht nachladen oder so gibt es sowas wie magazine oben links es gibt keine magazine du hast nur so viel schuss mit der jeweiligen wache ist ja deswegen kriegst du so viele waffen naja ein drang und wie du oben links an deinem leben siehst ist dieses spiel sehr gut gebalanced habe ich voll ist oder leeres 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 und hier ist nirgendwo irgendwie was zum heilen cool wo hat sich die ach da hinten das ist ja im dritten raum ist immer noch kein leben ja ich sag ja es gibt kein leben wer sind sie? wer sind sie? was mache ich hier? was mache ich hier? kann jemand erzählen mir nein kann ich irgendwie ich kann das nicht mal über... ich kann nur das gesamte ding skippen aber ich muss doch wissen was hier los ist die story ist so gut eben kam doofen my friend i did not betray you like you did betray really it was completely your fault your death changed my life caused so many problems to me ja deine probleme sind nicht mein schuld mit wem reden wir eigentlich gerade ich verstehe das nicht ich versuche echt diese gute story zu begreifen aber irgendwie geht sie voll an mir vorbei ist sie zu komplex der ist auf dem t-shirt oder was? ich will es definitiv ich will es lesen Gott ey das voice acting ja es ist fast so gut wie unseres am montag die shit dann? what the fuck ok ein brief yay okay a letter definitiv will ich es lesen nein das ist auf dem t-shirt oder was? definitiv will ich es lesen Gott ey das voice acting das ist so gut wie unseres am montag die shit dann? what the fuck okay ein brief yay du kannst doch kein spiel machen wo du von mir erwartest dass ich ausweiche wenn ich nicht mal die kugeln auf mich zufliegen sehe ich meine ich sehe ich sehe diese bunten kugeln aber ich sehe nicht die kleinen kugeln wie gesagt das wäre ja langweilig wenn man die sehen würde was ist mir für eine knarre ich klicke und eine halbe sekunde später kommt ein schuss daraus verstehe das nicht piano? wanna play was piano? damn looking for music was? damn looking for music achso natürlich hab ich noch was eingesammelt oh my god ok das spiel hat übrigens 54% positive Bewertung nur so mal in den Raum geschmissen 50%? wie hat das spiel das denn geschafft? weiß ich nicht achso ich muss nochmal diesen Raum machen god damnit vor allem ist ja komisch wenn ich so nach links und rechts gehe ja warte jetzt passiert es gerade nicht ich glaube wenn ich schieße und nach links und rechts gehe dann fange ich an zu hüpfen das ist eine sehr komische Sache ja leeder leeder darf ich eine gute Review vorlesen? eine positive Bewertung ja klar das spiel das spiel das spiel schieße so schieße ich finde das bringt das ganze gut auf den Punkt Das letzte Mal waren sie schneller tot, irgendwie jetzt kriege ich sie gar nicht mehr tot. Hast du keine anderen Waffen mehr? Ne, ne, am Anfang hat man nur die normale Pistole und danach kriegst du erst neue Waffen. Achso, das resettet sich hier das Level. Ja. Alter, wie viele Schüsse. Wie gesagt, God Mode hat der, den ich gesehen habe, das mitgespielt. Fun Fact am Rande, auch in God Mode kann man Schaden nähen. Das heißt, man hält einfach nur mehr aus, oder wie? Anscheinend. Ach, das ist Health Kit hätte ich wohl erstmal nicht aufheben sollen. Gibt es ja auch sowas wie Checkpoints oder so? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe selber nie gespielt. Warum nicht? Du verpasst was. Ja, ich weiß. Ich muss es mir gleich nachher holen. Die Geräusche, Alter. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Die Texturen sind das Beste. Ja, ich merke es. Die Geräusche. Vielleicht habe ich etwas missen. Schau mal wieder. Ja. Das Tolle ist, ich habe keine Ahnung, wie lange die beiden Spiele heute sind. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie gut wir in der Zeit liegen damit. Ja, wir müssen ja nicht das komplette Ding durchschaffen. Ja, ich sag's ja nur. Im Notfall habe ich noch einen Haufenabweg gegen Maker Trash. Was trifft mich gerade? Okay. Oh mein Gott, ich muss wieder hier anfangen. Also wie gesagt, das Programm heute gehört dir, ne? Ja. Deswegen, ähm, ich spiel das so lange, wie du möchtest. Guck mal, würde der wenigstens gescheit so schießen, wie ich klicke und nicht irgendwie eine halbe Sekunde später oder so, dann könnte ich noch diese Kugeln abschießen. Äh, sehr, sehr. Einfach nur Trash. Was erwartest du? Das ist das neue Doom, was da spielt. Das steht im Drittel. Das Schlimmste ist eigentlich, dass, dass sie sich nicht entscheiden können, ob die Viecher da hinten jetzt die Energiekugeln schießen oder mit einem Maschinengewehr schießen. Weil irgendwie, sie tun beides gleichzeitig. Ich kann den Stream neu starten, wenn ihr wollt. Vielleicht macht es das irgendwie über Twitch dann besser oder so, aber... Ich kann, weil auf meiner Seite sieht das echt komplett lagfrei aus. Ich merk auch nicht. Hm. Gottfuckin. Klick, 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 klick. Ist ja fast so schlimm wie ich. Was? So viel klick ich doch gar nicht mal. Ich klicke halt so schnell wie die Knarre schießen kann. Oh, man hat noch alternatives Feuer. Okay. Ach, der lebt immer noch. Hallo. Also. Natürlich hat man alternatives. Hallo. Oldschool. Aber in dem Spiel sogar. Hallo. Oldschool. Aber in dem Spiel sogar. Oldschool. Was kann ich denn hier schießen? Was ist das? Ich glaube, das hängt eine Nahkampfattacke oder so. Echt jetzt? Ein Maschinengewehr schießt Molotow-Cocktails. Nice. Nice. Super. So muss das sein. Natürlich. Das machen meine Maschinengewehre zu Hause auch immer. Hm. Okay. Ich glaube, ich muss den Stream kurz neu starten. Weil irgendwie, irgendwie ist es bei allen gerade am laggen. Obwohl bei mir hier steht, dass auf meiner Seite überhaupt nichts laggt. Also. Okay. Leute. Ich starte auch von meiner Seite aus den Stream kurz neu. Ich mach den aus, warte 30 Sekunden oder so und dann bin ich wieder da. Also ich müsste gleich wieder da sein. Gestern hatten wir auch das Problem, dass es angefangen hat zu laggen. Und als ich den Stream neu gestartet hatte, ging es dann auf einmal besser. Also vielleicht geht es heute auch besser, wenn ich kurz neu starte. Also ich bin gleich wieder da. Die Trash-Games sind einfach zu hart für Twitch. Hm. Hm. Hm.